Hallo Herr Lauer, willkommen auf der Messe Karlsruhe hier und was machen Sie heute hier natürlich? Grillen, also ich habe die Aufgabe heute den Besuchern auf der Messe hier zu zeigen, wie man im Sommer natürlich und jetzt im Frühjahr lecker grillen kann. Okay, und da kommen wir nachher vorbei und grillen mit und essen mit, Willi, gell? Ja, ich weiß nicht, ob das zum Essen gibt, es gibt auf jeden Fall was zum Zuschauen. Zum Zuschauen, das langt uns, wir kommen und schauen zu, wird den ganzen Tag gegrillt? Ich bin den ganzen Tag da heute, können gerne nicht kommen, gell? Okay, freuen wir uns, bis nachher, gell? Tschüss. So, wir haben noch Hunger. So, wir müssen jetzt fertig jetzt. Bitte schön. Grüße, sagst du liebe Grüße an Herrn Lafer, ja? Das hat er extra fürs Behindert-Barrierefreiteam gekocht, das ist der Hammer, oder? Ja, klar. Johann Lafer hat fürs Behindert-Barrierefreiteam noch einen Nachtisch gemacht, schau mal. Sieht doch mal nett aus, oder? Das lassen wir uns jetzt schmecken. Willi, wir kommen wieder, gell? Tschüss, euer Behindert-Barrierefreiteam. Komm mit der Kamera für die ganzen Tag lang. Tschüss. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.